Hallo Leute, in diesem Video möchte ich die Fragen einer Gruppe von Philosophie-Schülern beantworten, die jetzt gerade vor der Prüfung stehen und einiges wissen wollen zu ein paar Themen. Ist auch völlig allgemein interessant. Im Wesentlichen geht es darum, gut, das war schon mal die Unterscheidung zwischen Naturrechtslehre und Rechtspositivismus, da habe ich schon ein Video gedreht, das habe ich in einem separaten Video gemacht, weil es einfach ein eigener Block ist. Und jetzt das Thema Gerechtigkeit als Fairness bei Rawls und Gerechtigkeit als Tugend bei Aristoteles. Das sind so die beiden Dorscheiden, die ich noch vornehmen möchte, die sind auch wirklich für die Masse noch interessant und eigentlich einfach zu verstehen. Der Begriff der Gerechtigkeit ist natürlich ein sehr umfassender Begriff, müsst ihr nochmal googeln, da taucht alles mögliche auf, keiner blickt mehr durch, wer irgendwas über Gerechtigkeit erzählt hat und da muss man schon mal genau hinsehen, wie das alles gemeint ist. Nun, Gerechtigkeit als Fairness bei Rawls, was heißt das nun schon wieder? Wichtig ist jetzt, was hat Rawls eigentlich gesagt und dazu empfehle ich euch mein Video über den Kommunitarismus. Das Video habe ich verlinkt im Kommentarbereich unterhalb dieses Videos. Dort habe ich zu Beginn erklärt, was Rawls unter diesem Urzustand meint und was der Urzustand ist und wie da Entscheidungen gefällt werden. Also seht ihr zuerst dieses Video über den Kommunitarismus an. Dort erkläre ich den Urzustand bei Rawls in Abgrenzung zum Kommunitarismus. Kann auch nicht schaden, wenn man das mal weiß, tagt vielleicht auch im Unterricht mal auf. Wenn ihr das angesehen habt, dann könnt ihr das verstehen, was ich jetzt sage. Gerechtigkeit als Fairness bei Rawls meint einfach, dass auch die Gerechtigkeit fair in diesem Urzustand verhandelt wird. Ich habe es in meinem Video schon, dem Kommunitarismus Video, kurz erwähnt, am Ende der Erklärung zu Rawls, wo das mal Gerechtigkeit mal fällt. Und das meine ich, in diesem Urzustand von Rawls wird auch dann unter diesen ganzen gleichen Individuen, die mit einem schleines Nichtwissen versehen sind etc. wird auch fair diese Gerechtigkeit verhandelt, was wir durch Gerechtigkeit verstehen. Und deshalb Gerechtigkeit als Fairness. Das meint das. Gerechtigkeit als Tugend bei Aristoteles ist wieder ganz was anderes. Im Grunde, Gerechtigkeit bei Aristoteles meint eigentlich die höchste Form der Tugend. Also Gerechtigkeit für ihn ist nicht, weil für Aristoteles es nicht einfach nur, wie bei uns, noch gerecht handelt irgendwie, sondern Gerechtigkeit ist der höchste Ausfluss der Tugend. Drum Gerechtigkeit als Tugend. Ihr könnt einfach sagen, Gerechtigkeit als höchste Tugend, als höchste Vervollkommnung des Menschen. Also Gerechtigkeit, ein gerechter Mensch zum Beispiel, ist auch nicht rachgierig, ist nicht unmäßig, ist nicht und so weiter. Also es ist die höchste Form, wie ein Mensch sein kann. Und warum ausgerechnet Gerechtigkeit? Weil Gerechtigkeit auf die Gemeinschaft bezogen ist. Und das ist ja für Aristoteles immer ein wichtiger Wert, auch für die Griechen immer, die Polis, die Gemeinschaft. Weil die Gerechtigkeit sozusagen nicht nur eine persönliche Prägung ist, sondern auch ein Gemeinschaftswert. Drum ist das auch so hoch angesiedelt. Also Gerechtigkeit als Tugend, meint eigentlich bei Aristoteles, dass Gerechtigkeit eine Tugend ist, aber auch schon die höchste Tugend, die höchste Vervollkommnung. Ein gerechter Mensch ist sozusagen der tugendhafte Mensch in Vollkommenheit, in der höchsten Ausprägung. Der hat alles, was ein tugendhafter Mensch braucht. Also ihr seht, eigentlich wieder ganz was anderes im Ansatz, was Rolls und die Gerechtigkeit versteht. Übrigens, diese Beschäftigung mit den Gerechtigkeitsbegriffen ist auch eine sehr gute Schule dafür, wie man überhaupt mit Begriffen umgehen soll. Also ihr seht einmal beim Begriff Gerechtigkeit, wie der immer wieder ganz verschieden verwendet wird. Und das gilt auch für viele andere Begriffe. Zum Beispiel den Begriff der Freiheit. Also ihr lernt dadurch, vorsichtig zu sein, wenn solche Leute mit diesen großen Begriffen kommen. Wie Gerechtigkeit, Freiheit. Da muss man schon ein bisschen immer zuhören und sehen, was meint der oder die damit und was wird man damit alles begründet. Und das ist wieder ein weiteres Problem, das ihr dann sozusagen auch in verschiedenen Bereichen immer wieder findet. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Es sind mal zwei Dinge konkret erklärt worden. Natürlich kann ich jetzt nicht die gesamte Prüfung erklären und den gesamten Prüfungsstoff. Aber ich denke mal, so die Linie ist vorgegeben. Und wenn noch Frauen bestehen, gerne, bin ich bereit, dass ich sie beantworte. Entweder in den Kommentarbereich das Video schreiben oder mir einfach so stellen, dass ich ein Video drehe. Jederzeit für Ideen offen. Wie gesagt, es kommt immer wieder Interessantes, Neues. Und dass mir auch selber wieder draufbringt, Mensch, das könnte ich auch mal machen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, like das Video, abonniert den Kanal, erzählt es weiter und sagt, und bleibt auf alle Fälle, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.